Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Dead by Daylight in der Online-Edition. Nach guten 30 Minuten haben wir es geschafft, nun endlich in eine Lobby zu kommen. Bin natürlich nicht alleine. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Der Rest ist nicht. Wir sind alleine. Hier ist der Rest. Wir wollten euch in Foto gucken lassen. Hallo, 150 Pokémon. Als ob. Nichts los hier im Ort. Auf dem Schrottplatz geht es rund. In der Mitte der Map, alles klar. Will mir ein Spiel was sagen? Oh nein. Nein. The Ghost. The Ghost. Heiße, eh? Und hier ist nischt. jeden seiner erst mal verstecken wo er kommt schon ja ich hatte der krähe verscheucht ich bin gerade beim ersten generator da war ich eben auch bis der geist kam eben damit die krähe verscheucht deswegen gehört hier sind genau in die arme gelaufen scheint ganz guter zu sein oder bronco ist einfach ultra schlecht ja oder beides oh man das genau eigentlich an meinem schrank vorbeigelaufen hatte hatte ich mich schon weg hätte ich runterholen können aber er kommt kommt er kommt wieder nee das gerade weggelaufen kommt zu bronco wieder versucht den generator weiterzumachen oh man kann ich mal hier raus das ist bei euch oder ja jetzt hat er mich wieder da hinten seid ihr oh man aber wir hätten doch weg gehen sollen und da habe ich natürlich auch gleich in der nähe war klar okay ich warte jetzt erst kämmt er da kämmt normal sind ich gerade aber er kommt er läuft an mir vorbei okay er bleibt trotzdem in der nähe ich sehe nämlich bleibt in der nähe ich habe ich habe mir in der nähe haken okay ohne vom haken ich kann nicht wenn ich wenn ich kann also nicht kann nicht rein ich kann nicht mal hinten ins eck kommt nicht werden nicht werden okay ich nicht mehr jetzt weiß ich nicht wo es wahrscheinlich mich gerade hört weil er nämlich gerade geschaut weil mein generator an war hat erzählen sich umgeguckt er hat mich gehört und glotzt jetzt hier rum wo bist du ganz hinten in der ecke bei einem ausgang so er kommt jetzt wieder zurückgelaufen zum haus in der mitte versuchen den generator zu machen er schafft halt wie kein generator machen weil der überall ist er seid super schnell wenn er unsichtbar ist er kann in die andere richtung gelaufen hallo hättest du mit laufen können man pass auf ich weiß wo du wohnst kommst du bei hier ist er läuft jetzt richtung bus ich glaube der böse viel er taucht hier gleich bei mir auf mein generator ist fast fertig wo ist er gerade voll geleckt ich habe ihn im ohr ja das beim bus da hinten ja bei mir ja jagt er jemanden von euch ja mich nicht okay zumindest versuch das nur dass er halt jemanden jagt dass wir wissen dass wir gerade machen können also hier so weg ich habe nicht mehr im ohr er ist bei mir hier hinten wo der generator fertig worden ist aber nicht wirklich in der nähe doch erst in der nähe er macht sich wieder unsichtbar und läuft mir wahrscheinlich jetzt er läuft zu er läuft nee warte mal nee er läuft in die an ist wo ist er denn jetzt hin er ist ein freistehender generator da ist er gerade hin gelaufen wir müssen aber ich habe mich noch angewöhnen beim bus wahrscheinlich wir sollten uns auf jeden fall angewöhnen dass wir eigentlich die generatoren die mittig sind zuerst machen damit er wenn du es noch so drei stück oder so ja ich sind eher eine längere laufwege hat der links ist auch gleich einer an ich höre ich ja das bei dem wo fast dann ist ja da er ist bei mir ok ich mache hierhin wenig versteckmöglichkeiten hier das echt ätzend mit dem geist voll voll wenig das ist echt übel auch kannst du auch voll schlecht ja und komm mal in die andere richtung von der map ab ich habe man genau in die arme das scheiße ich bin halt einer näher weil er hat der der generator links vom vom bus ich weiß ich weiß ich bin in der nähe deswegen habe ich ja ich weiß ich weiß ich weiß ich bin in der nähe deswegen habe ich ja wo läuft der hin ich sehe ich sehe leider nur meine leiche wer ist hier gerade irgendwo an der kiste ich okay weil ich hab's gerade gehört ich bin bei dir irgendwie in der nähe wo ist er jetzt sieht ihn ja noch ich würde den generator beim bus anmachen der wird wahrscheinlich um den bus rum laufen weil er das weiß ich trau mich echt nicht nur irgendwo ja läuft hier rum bei mir diese scheiß krähe weiß nicht mehr wo der bus ist sehen jetzt immer jetzt gerade nicht mehr du bist du noch hier in der nähe oder das war anders dann gerade bei euch ja weil er kann er jetzt nicht und geunsichtbar oder hatte nur so getan wahrscheinlich gewerbt das eine tippe bei mir bei mir bei mir bei mir bei mir ja okay ich mache den generator hier weiter warum müssen wir so weit weg die generator hier am haus der echte ultra assen position hat er dich gesehen ja nee aber er kommt bestimmt hinter macht sich wieder unsichtbar das weiß aber auch alter alter hat mich nicht gesehen nee das habe mir aber auch gedacht so er geht jetzt in den bus er ist am bus oder ja er kann ich den generator hier alter ich stehe hier voll gefährlich sag wenn er weg läuft der wird hier rumkreisen weil der generator fast an ist ich beobachte dich gerade niki er ist durchs haus gelaufen vorsicht ich sehe so viel macht sich wieso ja oder doch er kommt aber er ist nicht mehr bei mir er geht jetzt zum generator wo angemacht habe ich mal bitte kurz bei noch leute er ist hinter dem haus bei mir ist bei mir ja sagt er jemanden gerade wenn nikki oder er ist aber wieder er macht sich gerade wieder unsichtbar und versucht jetzt nur zwei machen wo ich sehe keinen karten hier achten das irgendwo einer scheiße ich versuche mal bei dir in der nähe zu bleiben aber ich jammer halt die ganze zeit vor rum naja hier so gleichen haken geil er wird unsichtbar er stellt sich in die ecke ja er ist hinter dir er bleibt hinter dir machen wir mal einen generator er macht den generator jetzt bewegt er sich weg er läuft zu kreist er möchte ich sagen also warte mehr kreis mich rum er ist bei mir okay dann hol ich dich sieben du musst mir aber sagen muss mich immer besser mit dir ist nicht hier also kann ich gerade so dir durch ich kann ja hol ihn 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 aua wir kommen hier du zuerst du zuerst sie kann mich selber heilen fack 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 jetzt wird es eng jetzt wird es eng ja nein nein ich kann genau die arme weg 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 wie sie hing noch nicht ne tut nein hing noch nicht okay gleich generator oh 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 scheiße er ist in der nähe ja er wird nicht zum kack wo die gekratzt ich sehe nicht er kommt direkt auf die zune fack ja genau was war das naja es geht doch zum haken alter wie lange ich gebraucht zum wiegeln hat er irgendwie speziellen perk drin gehabt steve voll übel ich hab ihn verletzt ja ich seh ihn nicht äh ich bin auf dem berg grad ich seh ihn auch nicht ich bin ziemlich nah bei dir ne ja ich seh dich ja ja er ist irgendwo mach irgendwo ganz hinten mal nen Generator oder so Niki okay wenn er bei dir ne 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 ist ja eben net wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn ich seh ihn nicht doch ich hör ihn aber ja rente rum okay und hier im kreis ja gesehen boah ich sehn keine Generatoren scheiße ja ja da ist er da rennt da ja scheiße also er bleibt bei dir oder ja er bleibt bei dir ja okay okay dann steven Generator machen ne ich bin so nah bei Kai dran dass ich eigentlich die nächstbeste Chance nutzen will wenn der Typ wegrennt okay ich mach hier den Generator Sack muss sobald er weg ist mach einfach er wird hier bleiben kann auch jetzt nicht kann auch nicht wirklich weg hier doch da ist er weil der völlig äh weil mir völlig der Schutz fehlt hier bei mir ruckelt das mit dem oh ja er bleibt hier kämpfen das ist er macht sich grad sichtbar ja er weiß jetzt gleich kann er weggehen wenn er campt scheiße ja was ist das für ein Lappen er ist vorbei scheiße scheiße ja mann alter so viele Quicktime Events hab ich noch nicht gehabt mann hey der Generator ist gleich an so viel Pech kann man nur noch haben hey scheiße weg weg er kriegt mich da schon wieder auf fuck wo bist du ich ich hab die Luke gefunden okay genau das hab ich mir auch grad gedacht ist der noch bei mir ja und wo du bist dann könnte ich dich heilen er macht sich jetzt so unsichtbar ja 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 ich jammer halt voll laut weis ich bin beim Haus äh an dem Auto ist sie dran äh ich bin noch bei dem bei dem Haken sozusagen wo er mich aufgehangen hat da in der Ecke das weiß ich jetzt nicht oh 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 Scheiße der Generator war fast an hey bist du hier gleich am Generator? das nehme ich auch fast an ja sozusagen in der Ecke hinter dem Haken wo er mich aufgehangen hat warte 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 scheiße ich häng fest fuck nein 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 ach scheiße tut mir leid das war's ne du hängst du du hängst aber erst eh mal oder? ne ich häng noch gar nicht scheiße wo ist denn die Luke? achso ne du hängst noch gar nicht ne ich häng noch gar nicht die Luke ist am Berg also wenn du unten am Fuß von dem Berg rumläufst ach scheiße das schaff ich nicht fuck ich würde eh um dich campen da sollte er auch weggehen der Punkte ich sehe ihn aber nicht er geht weg er geht weg er geht weg ich bin der meinung der steht da hinten noch oder? ja er kämpft er er kämpft also scheiße sieben macht die Generator der vorne links der Generator er wenn er dich jetzt bekämpft und du sterben solltest weil ich dich nicht retten kann dann kann ich genauso gut auch die Luke nehmen ja dann geh aber gleich zur Luke hin ja okay die ist so am Berg dieser Hügel dieser Hügel und dann laufst du um den Hügel rum also ein bisschen ein bisschen weiterer Abstand so was weiß ich zwei Meter um den Hügel und da ist die Luke das andere Seite ne das ist ziemlich bei dir in der Nähe gewesen oder? ja nicht weit weg von mir da wo du jetzt bist da müsste es sein irgendwo hier ist der scheiß Berg er ist noch weiter hinten hinterm Haus normalerweise ist der Berg ja geh mal zu dem Haus hin dann müsstest du den Berg sehen der Berg ist direkt neben dem Haus ich versuche ihn so lange wie möglich aber ich bin gleich tot jetzt bin ich tot hier irgendwo beeil dich er ist auf dem Weg zu dir also wo ist die Luke? da rechts 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 da da aber die ist noch nicht offen jetzt ist sie offen ja die ist offen jawoll oh man ey der war echt nicht der war echt nicht easy der Typ oh man ey ich habe trotzdem einen überlebenden Rang bekommen weil ich so viele Punkte gesammelt habe ja der war auch eigentlich nur Level äh Rang 19 so gut war der ja nicht dann waren wir einfach ja aber er hat ja groß gecampt noch auch ja noch dazu dann kannst du nicht viel machen wir waren einfach nur rotz dir schlecht das kann natürlich gut sein in der 1 war ein indianer schrei oder wenn er sieht er wird schon abkotzen jetzt gleich startbildschirm und entkommen bei der klasse ich denke ich habe mir eine kippe entkommen gegen hallo und ein herzlich willkommen zu einer weiteren folge bei d1 ich würde so gerne so eine jeopardy musik einblenden bei dieser ansage alle hallo und ein geist ich verstecke mich im schrank ja was machte die ganze zeit durch ganzer glockenspiel ist glockenspieler der spielt gern an seinen loggen ich hatte ehemal als ich alleine öffentlicherin war mit drei randoms war auch die ganze zeit glockenspiel und wir haben uns alle gefragt was der typ macht weil er hat niemanden getötet und im ausgang geöffnet und er stand hinter dem ausgang noch da wo man raus rennt ok es außerhalb von der map und er konnte nicht auf die map kommen als er stand hinter dem ausgang wo man raus läuft und wir sind alle raus gelaufen er konnte nichts machen dieser arme typ und der war rang 16 und hat ihm wahrscheinlich nicht richtig aufgefallen er kommt kommt wer kommt zu mir zu mir hinten er steht da guckt ruhig um das war's hat er dich aber ich habe beim generator versagt hat er jetzt nicht gefunden wo alles war knapp mal ja sorry hilfe bitte hilfe vom spawnik eigentlich immer fühlt so ewig weit von generatoren weg muss ja er ist irgendwie über die halbe map laufen da sie gehen aber er ist eine scheiß position hinter dir hinter wem war gerade her mir aber jetzt wir gehen nach oben er rennt auf erst gerade auf dem berg okay er versucht gerade zu gucken langsam rein krabbeln ja ich weiß das weiß ich mittlerweile wenn darunter vom berg haben wir die luke hier die luke ist nicht hier ich gehe mal nach oben wenn er auf dem berg ist dann müsste uns eventuell sehen haben wir hier noch irgendjemand irgendwie nicht macht er dann da scheiße 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 er weiß dass wir hier sind ja das bei euch da hinten oder warum habe ich denn hier nur diesen scheiß generator der mitten auf der freifläche steht ja die stehen alle hier total beschissen immer noch einer waren sind noch da jetzt gleich immer rum ihr rand wo läuft der 10 also im haus ist einmal nicht ich gehe mal nach unten und macht den generator wo er ist erst hinten bei mir eine ecke gut also da da wo der wo der keller ist wurde kleine haus ist er läuft am rand lang ja er versucht die ränder abzudecken auch nicht schlecht ja er kommt da pack hat er dich ronko kommst du runter ja ich bin schon auf dem weg ich finde ich bloß gerade nicht einfach dritten runter ja da bin ich dann rechts zum generator ich glaube das diesmal besser ich habe zum glück bisher noch gar kein wenn du da zurück gehst ungefähr wo du herkommen bist ich bin genau da gewesen ich habe heilung kommt einer hoch ja wo bist du oben die treppe hoch ich bin auf dem weg ja kommen beide hoch nicht rennen nicht rennen nicht rennen nicht rennen ich darf mich noch von der anderen seite hochkommen ah fuck da ist er da ich habe geleckt und leute nicht nicht alle nicht alle verletzt sein du bist du bist du bist du wo ich bin ja ich bin an dem generator wo du gerade weg gerannt bist glaube ich in der mitte warst du bei dem berg berg ok dann komme ich mal jetzt ich habe fertig gemacht ich bleibe hier hinter einem baum ich bleibe hinter dem baum kommen einfach dahin er wird den generator nicht ablaufen weil er schon an ist dass mich halt heilen hat er hat er mich fallen gelassen warum auch immer er wird er zu gucken kommen er kommt er macht näher macht sie nicht unsichtbar ist er bei dir ja ich bin immer noch am berg ja kannst du am berg kommen ganz hinten an die wand berg du siehst mich da kommen hier herkommt mit der der hinterbauen kein problem mit ins grund achtung weg hier hinten ist die siebe mit der ecke sich um er schien nach dir her laufen er kommt von rechts auf links genau da ist niki nein der geist ist bei mir er ist bei mir aber dich mal kurz halten er hat mich einmal da wird jetzt auf dem berg da ist der haken die verteilt euch soll ich mich unsichtbar er läuft richtung hütte er läuft ich bin hinter der hütte habe ich ihn gesehen aber wieder zurückkommen kann ich ja gerade nicht sagen ich sehe zumindest nicht macht sich sichtbar ich habe ihn gerade im ohr gehabt nur wo ist er ja das sage ich sage ich dir sobald ich ihn sehe er kommt die richtung ich habe ich habe runter geholt hier am berg direkt neben dem berg ist noch irgendwo ein generator gewesen ja 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 ich weiß aber ich konnte nicht hin ich habe jetzt erstmal bronco geholt ich hoffe mal an anderen generator weiter weg dass wir ein bisschen verteilt sind ah fuck dich schon wieder ja ne ich wollte mich heilen und haben gerade kommen und sind zu mir er ist unsichtbar wieder ne er ist bei mir er ist sichtbar er ist direkt hinter mir daneben wer ist im haus beim generator er ist draußen hat Tobi gerade in der hand oder hat er und zwar läuft er richtung richtung haus zurück da ist der haken es durfte mich gewesen sein warst du schon in der phase er war ich ich habe ich ihn schon ja ja aber noch nicht schon in der gut nee du bist noch nicht in der dings phase gewesen du kannst zwei ne er ist hier ich bin hier auch direkt an der ecke ich sehe dich ja hocken bleibt er da äh ich höre ihn nicht er ist meint wenn ich es richtig er ist immer noch los 7 hinter die achte versaut lauf weiter lauf weiter lauf weiter ich geholst du ihn nein bleib weg er ist hier oh ok ich mache die generator weiter ja ich auch er ist direkt bei mir ok ok komm den gleichen weg wieder zurück er ist ins haus ne er läuft hoch treppe hochläfter bei mir ist vorbei also meinersberg an mein generator ne ich hab halb grad so an oh 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 scheiße ey ich hasse das wenn man an irgendwelchen komischen ecken hängt ruf an der wand lang und er bleibt da einfach hängen niki wie weit warte an jetzt aber er ist nicht besonders schlau er hat mich fallen lassen im haus was der ausgang geht hier gar nicht ah doch äh er macht sich unsichtbar und läuft äh läuft da hin wo der ausgang grad noch aufgemacht wird ja mach dir jetzt erstmal auf kann ich nach oben ja kannst du ihm er kommt wahrscheinlich zu mir ich recover mich einfach mal eine runde ok der ausgang ist auf ein aufgang ist aus ich verstecke mich mal hier ok ich bin auf dem Weg hol ihn ok 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 aber der kommt grad zurück glaub ich ne der steht bei mir am ausgang ok ich freil raus wo ich tot bin ha 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 alter ihr könnt denn auch dann ok meine fresse ok niki bewegst welcher ausgang offen ist ja da steht er aber gell der ward wird da wahrscheinlich warten wenn du Pech habt naja aber wenn wir vorher heizen dann kann er uns ja gerne einmal hitten ja er wird wahrscheinlich zu dir zurückkommen und dich holen wir gehen die andere wir gehen den anderen eigentlich könnt ihr den ausgang dann nehmen der ist nicht weit weg so welchen auch ich weiß nicht welchen rechts wird er auf genau recht da lang da in die richtung genau der ist offen ja der ist offen genau der war grad da rechts wie rechts hier kannst du aufmachen da ist schon mal ein ausgang der andere er war grad hier war aber ist nicht da oh man ey scheiße steven wo bist du wo bist du hingelernt der ist woanders hingelernt ich weiß nicht na was fürn rechts ich hab nach rechts ich bin nach rechts ich bin nach rechts ja jetzt bin ich mir leid sowieso am Arsch ich kann dich nicht mehr holen jetzt doch du kannst ihn doch holen die frage ist ob bleibt er da unten wir sind nicht erst hochgerannt auf jeden Fall ja das problem ist halt einfach ich verliere halt meine ganzen alters ja ich hab noch volle energie ging noch nicht der wird oben im haus wahrscheinlich warten da ist das links 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 warte da vorne ist er das hat grad zum ausgang raus gelaufen bei da wohne links okay das nicht gleich in die arme läuft er ist bei dir irgendwo wo also entweder ist er im hause ich weiß nicht genau wo er ist ok ok er ist in der Nähe da ist er wow er hat dich gar nicht gesehen doch hat er voll in die arme ich muss raus ich schaffs anders nicht mal hätte oder er steht vor mir er steht vor dir vor mir ist der hä ich dachte der war oben der war doch bei mir oben nein der ist runter gegangen hä der war doch hä das verstehe ich jetzt nicht nein oh nein nein ja das verstehe ich jetzt nicht ja dann brauche ich gar nicht umwickeln ich bin ja auch tot ja super nein der war doch hinter mir oben hol dir noch deine 430 Punkte hat sie nicht die ist gleich der war bei mir oben der hat mir gedacht gehabt weil er mir oben hinterher kann das komme ich jetzt runter und hol dich da wäre ich doch ruhig doch raus gegangen meine fresse regt mich das jetzt auf mit meinen ganzen items wird er weg ich hab nur 3000 Punkte ja voll der hang ist auch wieder weg der hang ist auch wieder weg oh Gott was hat denn die Macht dass ich so schlecht war Generator gemacht und alles Items verloren erste Hilfe Kasten Add und zwei Stück danke der war aber voll schlecht eigentlich der killer ja der war auch schlecht und hätte er nicht den geistert dann wären wir wahrscheinlich alle weggerannt ja vielleicht haben wir jetzt mal Glück und kriegen mal einen der nicht sich unsichtbar macht sondern einfach mal einen bei einem anderen wäre man nicht verkehrt ja gut dann war es das mit der Folge für heute hoffe es hat euch gefallen lasst einen Daumen da schaut bei allen anderen vorbei unten die Links in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Part Ciao Ciao ciao